Der Adel ist eine sozial-exklusive Gruppe mit gesellschaftlichem Vorraum, die Herrschaft ausübt und diese in der Regel innerfamiliär tradiert. Eine Klarheit des Begriffs gibt es allerdings nicht und in den einzelnen europäischen Herrschaftsbereichen galten unterschiedliche Kriterien, wer zum Adel gehört und wer nicht. Noch viel mehr gilt dies für außereuropäische Kulturkreise. Der Herrschaftsanspruch des Adels gründete sich unter anderem auf Leistung, Erziehung und Abstammung sowie unterstellte göttliche Absicht. Führungsschichten in den verschiedensten Kulturen der Welt und in unterschiedlichsten Gesellschaften werden als Adel gedeutet. Der Adel war trotz zum Teil sehr langer Phasen der Kontinuität immer wieder Veränderungen ausgesetzt. Er konnte zusammenbrechen wie der spätrömische Adel oder sich neu bilden. In vielen Ländern der Welt hält der Adel seine ehemals umfangreiche und exklusive politische Macht nicht mehr in den Händen, ist zum Teil sogar nicht mehr existent. Nicht einmal mehr als nach außen wahrnehmbare soziale Gruppe. Gleichzeitig gibt es viele Staaten, die von adeligen Häusern regiert oder repräsentiert werden und in denen der Adel eine wichtige Rolle spielt. Von Großbritannien über den Oman bis Kambodscha. In Europa kennt die Archäologie früheste Zeugnisse, die als solche adeligen Lebens gedeutet werden. Vor allem Grabfunde und Reste ehemaliger Villen und Burgen. Antike griechische, römische aber auch Z-B-Etruskische Führungsschichten werden als Adel aufgefasst. Im Mittelalter hat sich der Adel aus römischen und germanischen, ethnisch gesehen teilweise auch aus slawischen Wurzeln zu einer multifunktionalen Elite entwickelt, die politisch und militärisch, ökonomisch, sozial, kulturell und religiös führte, allerdings nicht zwingend als Adel zu deuten ist. Der europäische Adel hat sich etwa ab dem 11.12. Jahrhundert in der Regel ständisch organisiert. In solchen ständischen Systemen gelten für den Adel bestimmte Rechte, Privilegien, Pflichten und Verhaltenskodizes. Mit der Ablösung der ständischen durch demokratische, sozialistische oder kommunistische Systeme oder konstitutionelle Monarchien hat der Adel in Europa seine politische Bedeutung größtenteils verloren. Die rechtliche wie gesellschaftliche Situation des Adels gestaltet sich historisch je nach Region äußerst unterschiedlich. Vom prinzipiellen Verbleib der Standesunterschiede über die Aufhebung der Standesvorrechte und Pflichten und seine Abschaffung bis hin zur Auslöschung durch Verfolgung, Vertreibung, Inhaftierung und Ermordung. In Europa stellt der Adel heute dennoch mit unter eine relativ geschlossene soziale Schicht mit eigenen Lebensweisen, Umgangsformen und einem differenzierten Standesethos dar. Wortherkunft Ob das Wort Adel mit dem Wort Odal verwandt ist, ist Gegenstand einer langen wissenschaftlichen Kontroverse. Gustav Neckel wollte eine völlige Identität dieser Begriffe darlegen. Friedrich Kaufmann schloss aus der Wortähnlichkeit, dass Odal Stammgut eines adeligen Geschlechtes sei. Dem wird entgegengehalten, dass zu Beginn der Überlieferung den Verfassern die Wortverwandtschaft längst nicht mehr gegenwärtig war. Außerdem könne aus solchen Ableitungen nicht hergeleitet werden, dass es überhaupt einen Ur- oder gemeingermanischen Adel gegeben hat. Otto Behagel bestritt jeglichen Zusammenhang zwischen den Wörtern Odal und Adel. Werner Konze hielt aber an einer Verwandtschaft der Begriffe fest desgleichen die derzeit führenden etymologischen Wörterbücher des Deutschen, Kluge, Sebold und Pfeiffer. Die Verbindung zwischen Odal und Adel-Edel wurde dahingehend interpretiert, dass bei der Entstehung des Adels der Grundbesitz eine entscheidende Rolle gespielt habe. Dies entsprach dem Stand der historischen Forschung im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Doch diese Verbindung zwischen Adel und Grundbesitz lässt sich heute nicht mehr aufrechterhalten. Der Adel gründete sich nicht auf wirtschaftliche Elemente, sondern auf Teilhabe an der Macht im Sinne von Herrschaft über Menschen. Aus dem Vorkommen von Nobilis oder Ableitungen daraus in lateinischen Texten wurde oft auf die Existenz eines Adels für die Zeiten und Gesellschaften geschlossen, über die diese Texte Auskunft geben. Das ist aber nicht zwingend. Bereits Autoren des späten Mittelalters wussten, dass die Worte Nobilis und Adel mehrdeutig sind. Sie kannten den Abstand zwischen Begriff und Begriffenem. Der Begriff Adel sei viel und mehrdeutig konstatierte Bartholus von Sassoferato. Humanisten des 15. Jahrhunderts beklagten den ausnehmend weiten Bedeutungsumfang des Begriffs Nobilitas seinen Lattissimus Ambitus. Es gibt starke Hinweise darauf, dass es im Mittelniederdeutschen und Frühneuhochdeutschen noch kein allgemeines Wort für den Adel gab. Erst mit der Übersetzung lateinischer und Frühneuhochdeutscher Texte ins Neuhochdeutsche wurde aus Nobilis Nobilis scheinbar eindeutig Adlige Adlig, was in den Originaltexten keineswegs eindeutig ist. Martin Luthers Bibelübersetzung ist weit davon entfernt, die beiden Stellen, wo in der Vulgata eine Ableitung von Nobilis vorkommt, irgendwie mit Adel in Verbindung zu bringen. Man ist edel im Verhältnis zum gemeinen Volk, fällt auf Bielis durch Bekanntheit und Nobilis ist gleich vornehmes, großmütiges Verhalten und bildet schließlich in Bezug auf hervorragende menschliche Eigenschaften, Talente, Tugenden, Tüchtigkeit auf unterschiedlichen Gebieten eine Gemeinschaft der Westen. In den romanischen Sprachen und im Englischen bleibt die Doppelbedeutung des lateinischen Nobilis im Sinne von edel und adlich erhalten.